So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, nachdem wir heute schon Raid am Mittwoch gemacht haben und auch die Raid Mania, also die Raid Stunde bestritten haben und den Classic C-Day angekündigt mit Lavitar, ich eigentlich gerade am Wrestling gucken bin, ja, haut nach Jendik das nächste Event raus, die nächsten Infos zum nächsten Event und es ist das, was uns eigentlich schon klar war, der nächste Mega Raid Boss ist Mega Brutalander. Ja, es gab Leute, die gesagt haben, na, das wird bestimmt wieder Mega Latios, Latios sein, sonst was, aber, ah, ist doch Quatsch, wenn die da extra ein Fragezeichen hinmachen, heißt das für mich, das ist was Neues, die sind ja nicht komplett bescheuert und deswegen machen sie da einfach ein Fragezeichen hin, weil sie wollten es ja spannend machen, aber wurde ja alles wieder im Code gefunden, deswegen, ich gebe nichts mehr auf Code, ich gebe nur auf das Offizielle, dann entstehen nicht so viele Gerüchte und so viel Verwirrung, hä? Hä? Denn dann ist das das, was das ist und das ist genial. Ich habe jetzt noch nicht alles mehr angeguckt, aber für mich ist das schon mal jetzt super Event, schon alleine durch Mega Brutalander, neues Shiny wird eingeführt und ein Shiny, was es eigentlich schon gibt, aber nur in Eiern gab, wird jetzt wohl für viele erschwinglicher sein, aber dazu kommen wir, denn das ist wahrscheinlich das wahre Highlight. Erlebt beim Event fungelnde Fantasie, fantastische Abenteuer, fungelnde Fantasie-Event in Pokémon GO. Trainers, wer redet so, der Trainer, die Trainer, Neyendik einfach Trainers, der Trainer, die Trainers, genau, der Teller, die Tellers, ich bin Neyendik. Ihr könnt euch während des Events fungelnde Fantasie mit Fee-Pokémon wie die Denner umgeben, gegen das Drachen-Pokémon Mega Bruder Lander antreten und vieles mehr. Welche fantastischen Abenteuer werdet ihr mit diesem Drachen- und Fee-Pokémon erleben? Fungelnde Fantasie, vom Dienstag, den 10. Januar, um 8 Uhr, bis Montag, den 16. Januar, 22 Uhr. Also, was ist denn? Ich verstehe schon wieder gar nichts. Das Event startet um 8 Uhr statt 10 Uhr. Wieso das denn? Die Raid-Boss-Wechsel sind doch trotzdem eigentlich um 10 Uhr oder wechseln die dann auch um 8 Uhr, sodass sie ab 9 Uhr raiden können? Das ist jetzt wieder die Frage der Fragen. Ich denke mal, die Raid-Boss-Wechsel werden trotzdem normal um 10 Uhr sein, weil das stand in dem Januar-Event-Kalender so, dass 10 Uhr das geht und 10 Uhr das kommt. Die Eier, sodass also dann ab 11 Uhr man raiden kann. Aber das Event beginnt jetzt einfach schon um 8 Uhr, was natürlich dann wieder noch mehr Verwirrung stiftet. Außer, dass es wieder falsch übersetzt. Man weiß es nicht genau, lass mal uns überraschen, aber mein Wecker klingelt eh immer um 10 Uhr. Also, für mich Event am Dienstag um 10 Uhr. Am 10. Januar um 10 Uhr. Hier steht aber 8 Uhr, also wahrscheinlich schon 2 Stunden eher. Mega-Bruder Lander erscheint zum ersten Mal. Mega-Bruder Lander in Mega-Raids. Natürlich auch als Shiny verfügbar, weil jeder Mega-Raid bisher zwar eingeschrumpft ist, aber als Shiny verfügbar war. Event-Bonie. Wir werden... Ich werde versuchen... Gut, er kommt... Boah, das wird wieder brutal am Dienstag, weil... Äh, Zekrom kommt in die Raids ab Dienstag, aber... Mega-Bruder Lander ist dann in den Raids ab Dienstag. Das heißt, ich müsste eigentlich 2 Community-Raids machen. Ein so, ein so. Das überfordert mich schon wieder alles. Du musst ja... Könntest du eigentlich am... 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 Am Dienstag gleich Mega-Bruder Lander anbieten abends. Und am Donnerstag mit... Zekrom anfangen. Plus am Wochenende am Sonntag. Dann hat er auch 2 Raids. Aber da sind wir ja schon wieder bei Raids für Zuschauer. Das geht ja schon wieder ganz... Ganz zu weit. Event-Bonie. Was gibt's im Event denn für Boni? Wenn wir mal von den Raids absehen. Ihr erhaltet doppelt so viele EP, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. So. Trainer ab Level 31 eine erhöhte Chance auf XL mit guten, großartigen oder fabelhaften Wurf. Also ab Level 31 kriegt ihr mehr XL-Bonbons, wenn ihr gut trefft. Kriegt mehr EP, wenn ihr gut trefft. Ihr erhaltet zusätzliche Bonbons, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. Also mehr Erfahrungspunkte, mehr Bonbons und mehr XL. Alles, wenn ihr... Je besser ihr trefft, desto mehr gibt es. Wilde Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen vermehrt. Darüber hinaus könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal auch schillernden Dedenne in Pokémon Go begegnen. Ich glaube, das würde die Shania wahrscheinlich ganz gut freuen. Sag mal. Pippi ist dabei als Shiny. Könnt ihr dann also entwickeln. Wenn ihr Shiny haben wollt, weil Pixi hier nicht als Shiny gekennzeichnet ist. Pixi wird wohl auch in der Wildnis auftreten, aber kann in der Wildnis nicht Shiny sein. Pippi aber Shiny. Und dann als Shiny Pixi entwickelbar. Pummelluft, Pummelluft tritt auf, Shiny, Dratini, Toggetik, Merrill, Trassler, Vibrava, nicht Shiny, weil Entwicklung, Kindwurm, Capuno, Dedenne und mit etwas Glück auch Viscora und FM. Und bei diesen wilden Spawns, muss ich wirklich sagen, ist das ein mega krasses Event. Pippi, Pixi. Richtig genial, gerade in der GBL. Pummelluft, Knuddelluft kann auch was. Dratini hatte zwar seinen Classic C-Day, aber gönnt euch trotzdem Shinies, gönnt euch Bonbons. Richtig starkes, geniales Pokémon. Egal ob GBL oder für Raids, Toggetik. Richtig genial. Vor allem dann auch für GBL das Toggetik. Merrill, Azumarill, auch GBL stark. Trassler, auch mega stark. Gadewar, Galagladi, auch richtig geniale, starke Pokémon. Ja, Vibrava, Zulibeldra, habe ich früher immer in der GBL Superliga gespielt, wird für euch jetzt nicht so interessant sein. Kindwurm, man hätte ja denken können, es gibt mal einen Kindwurm Classic C-Day. Jetzt schmeißen sie euch das Kindwurm hier hinterher. Genauso wie Capuno. Beides trotzdem, aber richtig starke Angreifer. Ihr könnt euch also, ihr braucht Mega Bruderlander nur Raiden für die Energie. Bonbons und ein Hunderter könnt ihr aus den wilden Kindwurmspawns erhalten. Aber Bruderlander, starker Drachenangreifer. Trigefalo aus Capuno, starker Drachenangreifer. Starker Unlichtangreifer. De Denne, neu als Shiny da. Viscora, auch sehr selten. Wer da noch Bonbons braucht oder irgendwas anderes. Und dann habt ihr noch FM, was sowieso selten ist. Und die meiste Zeit man brüten musste. Gerade wenn man das Shiny haben wollte, musste man bisher brüten eigentlich. Jetzt gibt es das hier wild 400 Bonbons für die Entwicklung. Das ist, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das überschüttet euch hier einfach komplett. Aber ist auf jeden Fall mega stark. Cheese, bitte lächeln. Wenn ihr während des Events fungelnde Phanasi einen Schnappschuss macht, könnte überraschend ein Drachen- oder Fee-Pokémon vorbeischwirren. Es wird wieder eine Sammlerherausforderung geben, bei der es dann 50 Mega Energie für Bruderlander gibt. Eine Lade-TM und eine Sofort-TM. Feldforschungen beinhalten Pipi, Dratini, Kindwurm, Dedenne und Viscora. Raid-Kämpfe der Stufe 1 gibt es Pummeluf, Merrill, Milzer, Capuno. Wer noch kein Shiny Milzer hat, wer noch kein gutes Milzer hat, wer noch Bonbons braucht für Maxaxx, aber ich denke mal trotzdem, Milzer wird irgendwann auch sein Seeday bekommen. Versteift euch jetzt nicht auf die Einer-Raids. Nutzt euren Pass lieber für Sekrom, weil der ist wirklich mega genial. Aber erstmal Raid-Kämpfe Stufe 3. Flungkiefer, Shiny, kommt aber auch irgendwann noch als Mega-Raid. Schadrago, ist eigentlich nur ein Pokédex-Eintrag, aber Shiny ist ja auch ganz nett. Dedenne, würde ich nicht raiden im Dreier. Habt ihr in der Wildnis und in den Feldforschungen. Fünfer-Raids, Sekrom, unbedingt. So stark, Drache, Elektro, richtig brutal. Und Shiny und neue Attacke und alles andere. Mega-Raids, Mega-Bruderlander. Kriegt von uns auf jeden Fall was. Aber, ich freue mich immer auf neue Mega-Raids. Ja, so ist das nicht. Habt ihr dann, wenn ihr einmal entwickelt, entwickelt euer Bestes. Also sammelt ein bisschen Energie, aber legt euren Fokus wirklich auf Sekrom. Ist mein Tipp hier. Ich würde auch keine Einer-Raids machen. Ich würde keine Dreier machen. Ich würde nur Fünfer-Raids machen an eurer Stelle. Und vielleicht zwei, dreimal für einen Mega-Bruderlander. Die Wendertacke sieht man hier also. Kreuzdonner, Trainerkämpfe 90 Schaden, Arena-Raid-Kämpfe 140 Schaden. Dann sind das auch schon alle News davon. Und ich muss sagen, das Ding kommt jetzt hier aus dem Nichts. Ich wusste ja, dass da ein Event anfängt. Okay, dass es so geniale Spawns aber hat, dachte ich nicht. Und was mir jetzt auffällt, das Mega-Bruderlander sieht hier irgendwie mega bescheuert aus. Was ist das denn? Hat das einen Rucksack, ja? Festgebunden. Also ich hoffe, das sieht im Spiel besser aus und nicht so hackelig und gaggelig wie hier auf dem Bild. Das Aquana sieht auch schon fast aus wie Mega-Bruderlander, wenn man das hier so sieht. Ist es aber nicht. Was sind eure Highlights? Auf was freut ihr euch? Habt ihr Bock auf Mega-Bruderlander? Wie findet ihr die Boni? Was wird euer Ziel sein? Shiny-Ddenne? Shiny-FM oder Bongbongs sammeln für Togetic, Trassler, was auch immer. Welche Spawns findet ihr am besten? Werdet ihr raiden? Was werdet ihr raiden? Das war es von meiner Seite aus. Ich werde gucken, dass ich... Ja, weiß ich nicht. Ich habe meinen Säckrom auf Level 50 in 100% schon, aber werde den täglichen Pass trotzdem wohl für Säckrom ausgeben, außer halt 2-3 Mega-Bruderlander-Rates. So, bitteschön. Das war es von meiner Seite aus. Jetzt weiter Wrestling. Bis dahin. Peace out for Haut. Euer Ramses. Euer Ramses.